Musik 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 Sorry Leute, das ist totale Chaos und diese Jahreszeit ist ja immer echt schlimm. Musik So, ihr wisst ja, warum wir alle hier sind. Wer möchte sich denn als erstes der Gruppe öffnen? Wie sieht's denn bei dir aus? Hallo, mein Name ist Rudolf und ich habe ein Problem. Hallo Rudolf! Es hat vor zwei Jahren angefangen. Ich bin im Klosionsschloss nicht mehr gewachsen gewesen. Ich habe einfach etwas gebraucht, um wieder Hoffnung zu bekommen. Und da meinte ein Kumpel von mir, er könnte mir etwas besorgen. Musik 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 Ja, und nun komme ich nicht mehr davon los. Vielen Dank für deine Offenheit, Rudolf. Wie wir alle wissen, sind Weihnachtszüchte sehr ernst zu nehmen, egal in welcher Form sie auftreten. Wer möchte denn als nächstes sein Vertrauen der Gruppe schenken? Hallo, mein Name ist Annabelle und ich habe ein Problem. Hallo Annabelle! Letzten Sommer, da überkam ich einfach die Lust nach Zimt und Gewürzen. Ich weiß, eigentlich ist das nicht normal im Sommer. Man sollte doch eigentlich Lust auf Eis und süße Cocktails haben. Musik Ich habe so Angst, was ist, wenn Weihnachten vorbei ist? Und was ist, wenn die Gesellschaft mich nie akzeptiert? Vielen Dank für dein Vertrauen, Annabelle. Vielleicht möchte ein Mitglied, das schon länger dabei ist, sich äußern. Wie vielleicht manche von euch wissen, war ich Weihnachtsdeko süchtig. Aber ich habe meinen Weg rausgefunden aus der Sucht. Und auch wenn dieses Jahr wieder neue Kollektionen draußen sind. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Oh! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020